Wahrnehmung ist eine merkwürdige Sache. Merkwürdiger als wir denken. Diese Mauersegler leben fünfmal schneller als wir. Sie nehmen Dinge fünfmal schneller wahr, weil sie sich fünf oder zehnmal schneller bewegen als wir. Für die müssen wir kalte Statuen sein, träge Kreaturen. Und sie bewegen sich so elegant. Am Wasserfall hier sollen eine Million Mauersegler leben. Kann das sein? Ja, ungefähr. Was glaubst du, warum leben sie hinter den Wasserfällen? Zur Verteidigung ihres Königreiches. Ja, ihres geheimen Königreiches. Es ist wie ein Konzert. Wie Schwärme von Fischen, die plötzlich abtauchen. Sie bewegen sich rückwärts und vorwärts, als würden sie von Musik gelängen. Siehst du, wie sie herumschwirren und wie sie sich plötzlich alle zusammen herunterstürzen? Schau, da kommen sie. Ja, sie kommen. Schau, da kommen sie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020